Die Wüste war heiß Ich habe dir geschworen, nie wird's gewissen Du bist für mich geboren, das ist meine Ewigkeit Weil ich dich liebe, noch immer mehr Weil ich dich brauche, ich brauch dich so sehr Ich habe Sehntu, ich verzähl mich nach dir Jawohl, wir haben das erste Tanzfahrt, das ist ja ganz klasse Bitte mal einen Beifall für das erste Tanzfahrt, Freunde Ich in die Arme, zieh mir ins Gesicht Versuch mir zu sagen, ich liebe dich nicht Es wird dir nicht gelingen, pass wieder zu Du bist für mich geboren, du bist mich nicht mehr los Und jetzt, weil ich dich liebe Noch immer und mehr Weil ich dich brauche Ich brauch dich so sehr Ich habe Sehntu, ich verzähl mich nach dir Verzähl mich Bleib bei mir Zicke zack e Z slechte Juhu So, nochmal alles zusammen und Weil ich dich liebe Noch immer und mehr Weil ich dich brauche Ich brauch dich so sehr Ich habe es eh zu Ich verzeih mich nach dir Verzeih mich Bleib bei mir Weil ich dich liebe Wir vom Deutschen Roten Kreuz im Saale-Orla-Kreis sind auch dieses Jahr wieder dabei bei der Saale-Orla-Schau, sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich. Und wir freuen uns sehr, unsere große Bandbreite hier präsentieren zu können. Das Deutsche Rote Kreuz ist aktiv in der Pflege, sowohl in Pflegeeinrichtungen als auch ambulant. Wir haben Kitas, der Rettungsdienst, der überall unterwegs ist im Landkreis. Und wir haben auch ganz viele ehrenamtliche Unterstützer hier mit vor Ort, sowohl in der Ersten Hilfe als auch in der Wasserwacht, das Jugendrotkreuz oder die Notfallseelsorge. Wir sind also sehr, sehr breit aufgestellt und freuen uns einfach hier dabei sein zu können. Wir freuen uns auch über Bewerbungen natürlich. Wir haben auch noch Ausbildungsplätze und sind hier richtig stark in der Ausbildung und freuen uns, wenn sie Interesse haben. Hallöchen, ich bin die Esther von Joklener Bottle und ihr seid jetzt mit uns am Joklener Bottle Stand auf der Saale-Orla-Show. Wir haben einen Chardonnay-Sekt, da ist eine Essenz zugesetzt aus Kakao, Kakaobohnen und Haselnuss und man trinkt einen fruchtig frischen Chardonnay-Sekt. Der sieht so aus und schmeckt aber trotzdem Schokolade. Also was ganz verrücktes. Gibt es mit 6% oder komplett alkoholfrei mit 0,0% für Schwangere oder für Leute, die kein Alkohol mögen. Es passt richtig gut zum Dessert, zu Erdbeeren oder als ganz besonderen Aperitif oder einfach so in der Badewanne, im Pool, auf dem Balkon. Hallo, wir gehören zu dem Team von Aurinis, Hören und Sehen GmbH. Uns findet man in Pösneck im Medi-Center und in Saalfeld in der oberen Straße. In Saalfeld fokussieren wir uns auf die Hörakustik und in Pösneck haben wir natürlich zwei Sparten. Einmal die Hörakustik und die Augenoptik. Wir sind hier auf der Saale-Orla-Show. Wir haben unglaublich viel Spaß. Wir haben unseren Stand aufgebaut und freuen uns, dass so viele tolle Leute erschienen sind. Wir haben ganz viele Flyer mitgebracht und hoffen, dass wir den Leuten unser Konzept Aurinis ein bisschen näher bringen können. Wir bieten kostenlose Hör- und Sehtester an in unseren Firmen und haben auch noch 20% auf eine neue Brille. Also es gibt viel rauszuholen und wir freuen uns auf jeden, der noch vorbeikommt.